Wer schon immer mit den Gedanken gespielt hat, Gitarre erlernen und spielen zu wollen, bekommt mit Rocksmiths 2014 nun die Gelegenheit, es auszuprobieren. Ubisoft hat mit dem zweiten Teil der virtuellen Gitarrenschule einen neuen Schritt in Richtung der Anfänger gemacht und lockt damit, den Einsteigern einen schnellen Lernerfolg zu garantieren. Aber ist das wirklich realistisch? Ist man nach einem Monat bereit, in einer Band zu spielen? Mit Geduld, Spaß und Motivation kann man es zu einiger Erfahrung bringen und vielleicht einen ersten Erfolg erzielen. Er hat nach wie vor Macken, wie Erkennungsaussetzer, keinen roten Faden, eine Tracklist, die nur okay ist, aber der zweite Teil der Rocksmiths-Reihe macht den Schritt in die richtige Richtung. Wer sich in der Gitarrenwelt ein wenig umschauen und ein paar Songs begleiten möchte, ist hier goldrichtig und kann für sich einiges mitnehmen. Eine Kaufempfehlung für alle Jimi Hendrix der Zukunft.